Einen wunderschönen und Willkommen zurück zur letzten Folge von MeinTestCreativeServer für diese Woche. Lazy Rettelman bedeut sich fest, es folgt Spannung pur. Sehen Sie diesen spannenden Ladescreen? Initialisierer Dicke, ich terminiere gleich hier. Ja, mach das hin, danke. Okay, so, ähm, genau. Kiste, alle draufrollen. Ähm, hallo, er dann Server. Ah, boah, Alter, die hier kaputt. Digga. Achso, ich bin voll. Wow. Digga, aber warum hängt der Server grad so extrem? Ich glaub, er mag uns nicht mehr. Ähm, beziehungsweise nein, doch. Naja, das hat ja eigentlich in der Futterkiste nichts zu suchen. Das hat mit Futter nichts zu tun, genau wie das hier. Kommt alles erstmal wieder raus. Weil die, wie man sieht, die Kiste wird sehr schnell, sehr voll. Ach, wir haben hier noch massig leer. Ah, oh, Alter, ich muss ja, oh Gott, Alter, wir müssen hier mal ganz hart sortieren. Der kriegst ja eine Mack, kriegst ja jetzt ja alles falsch. So. Äpfel, du, du hast im weitesten Sinne damit zu tun, weil es ist direkt fürs Feld. Und, also, hier kommt halt nicht nur Essen rein, sondern zum Beispiel auch Samen, weil die sind ja fürs Feld denn wieder gedacht. Von daher okay. Aber du kommst zum Beispiel raus, du kommst raus, das hier kommt alles raus. Äh, was hat das hier drin zu suchen? Achso, das war nicht nur meine Feldkiste, sondern auch die mit meinen ganzen Edelmetallen und so. Äh, wow. Willst du mich verarschen? Danke. Okay, komm. Kannst du mal da rein? Also du... Du und du und ähm... Du du... Du du du... Wir brauchen ja Kisten. Ich brauche noch eine Kiste für das ganze Grünzeug und so. Scheiß. Wie viel Eisen haben wir? Wie viel mein Leben halt... Was ist das hier? Scheiß, jetzt hier. Da! Eisen. Haben wir... Zwölf in Rohrform. Oh, wir haben einen ähnlichen Stahlbarn. Okay. Ach komm, dann schmeißen wir mal kurz den Ofen an. Äh, haben wir noch einmal Kohle? Ja. Kohle haben wir. Das schmeißen wir mal in den Ofen an. Danke. So. Danke. Und Holz. Wir brauchen Holz. Nein. Ja. Nein. Überleg nicht. So. Und dann bauen wir noch mal viel Kisten. Ach so viel, viel Kisten brauche ich ja. Viel Stahlbarn. Andererseits nein. Draußen werden gleich zwei frei. Das heißt, ich baue erstmal nur zwei. ш Though, Stahl. War aber etwas richtigiseses das Ganze. nicht, ich braue. wo da gesprochen wird das weiterhin? O2 Seil Okay, komm, mach, 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 mach. Also, okay, ich brauch ganz viel Scheiße, wisst ihr was, leck mich am Arsch, ist mir grad alles egal, wir haben ja jetzt Rucksäcke, von da können wir die gleich mal voll klatschen, das ist mir jetzt grad nochmal zu blöd, äh, ist das hier los, bitte, was soll denn der Kleidradatsch? Wir haben schon wieder ein Leben, nur noch, was soll denn der Mist, alles was ich will, ist frischlich sterben. Oh God, ich kann das nicht mehr, geht mir nur auf, mein Mensch. Oh God, guckt euch das ganze Scheiße hier an, ey, das ist doch nicht mehr normal. So, sollte aber passen jetzt von der Größe, oder auch nicht, ne, passt nicht. Oder? Doch, das könnte passen. Oh! Fuck, ohne Axt. So, erstmal, erstmal, komm, erstmal. Wir brauchen noch größere Taschen. Okay, erstmal hier, wo ist meine Axt? Axt. Danke. Dann, was zum Essen. Danke. So. Alter, was eine Chaos-Folge hier heute, oder, was für Chaos-Folgen sind ja mehrere. Ist ja nicht so, als wenn eine reichen würde, ja. Schwanz. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier ein paar Kisten, dann würde ich mal sagen, wir stellen auch hier, stellen wir die so rum, oder stellen wir die so rum. Obwohl, hier ist ein Fenster. Obwohl, da habe ich die auch, da habe ich die auch auf das Fenster gestellt. Komm, wir stellen hier so rum hin, so und so. Dann passt das. Äh, das ist eine normale Truhe. Wo ist die Locket? Hallo, da. Danke, bitte. Die kommt noch da oben. So, dann kommt, hier unten, erstmal, der ganze Grünzeug rein. Also, alles, was irgendwie mit Blättern, oder Blumen, oder so einen Scheiß zu tun hat. So, ganze Geröll, kommt erstmal direkt hier oben rein. Ähm, die in beiden Sinne auch. Wobei, ne, die machen wir mal lieber hier oben rein. Ähm. So. Genau, hier kommt nur Lebensmittel rein. Da oben kommt nur Tools rein. Und alles, was mit Pflanz zu tun hat, kommt ihr nämlich hier rein. Das heißt, ich lasse mal wieder eine Tasche entlernen. So. Der ganze Schutt kommt hier alles rein. Na, du nicht? So. Du kommst da mit rein. Na ja, Giftpilze, also ich weiß nicht. Sollte man nicht essen, hat aber was mit Essen zu tun. Oh Mann. Ich will sterben. So, das ist alles Holz im weitesten Sinne. Also du kommst da mit rein. Ähm. Bist du jetzt ein? Hä? Mit sowas, mit sowas fangen wir jetzt gar nicht an. Du kommst genauso wie der Backofen hier oben mit rein. So. So. Äh. Bist du jetzt nein? Durchschnitt brauchen wir ja gleich. Die Frage ist, mache ich das Glas auch hier oben mit? Ja komm. Nicht so lange fragen, sondern einfach machen. So. So. Ähm. Genau. So. Etten wir da dann. So. Ich fick mein Leben. so holz also heute haben glas glas habe ich gesagt mit rein also kommt das in dem fall auch hier mit rein auch wenn es nicht und euch ja so wolle wollen wir wollen leben würde ich gerne gesondert behandeln ich bin mir nicht so ganz sicher wie genau doch daraus du auch so viel scheiße mit drin hallo ja das ist jetzt nur noch gemüse und scheiß ja okay das heißt hier ist jetzt nur noch lebensmittel und alles was zur beschaffung von liebmitteln zu tun hat also sagen zum scheiß ist jetzt nicht mehr so das heißt das brett ist werkzeug und damit rein genauso wie das hier ich mache das einfach mal hier unten hinten weil ich weiß nicht so recht leben hat so eine sonderstellung weil leben ist an sicher kein geröll sondern ist ja eigentlich eher so klümpchen ich mach da einfach mal hier unten mit der finiten ach so zinn nicht finde ich das ist hier alles lieben ja zinn bitte mit meiner wertkiste klar also sind es absolut wertlos ohne bronze also ohne kupfer aber es ist trotzdem ein mineral und schatz und daher so pflanzen vollkommen wieder hier mit rein ein stück alter brauchten die wurde sollte eigentlich so weit geschafft haben da 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 für unsere nicht ganz so weh vegetarische seite mal ein bisschen an unten in der kiste mit so schön ausgeteilt du mit auch so du kommst noch da so jetzt kommst du einmal dahin ehrlich für lauf brauchen wir wieder keine abgeschlossenen kisten des kreis ich bin ganz ehrlich wenn es jemand kommen sollte okay wenn er sich dann besser fühlt lassen wir ihnen dieses gefühl aber wir haben jetzt noch mal zwei abgeschlossene kisten die wir dann nutzen können hier für oben hinsetzen obwohl ich unten die kiste heute an die vollkommen aus ja komm dann lass ich erst mal nur die packen wir oben rein wenn wir die später noch mal brauchen sollten können wir sie noch mal nach oben packen aber an sich erstmal kann das da unten bleiben und ja wir haben mittlerweile zwei replacement tools dank unserer bisher wunderbar herrschenden ordnung genau so das heißt ist eigentlich können wir hier wie viel lauf ist hier mal drinnen kiefer 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 nadeln also kiefer nadeln habe ich keinen bock das sind aber blätter das heißt die blätter kommen raus dann schmeiße ich da ein paar kiefer nadeln stattdessen rein was ist hier drin haben wir vorhin kohle verbraucht zum brennen von dem eisen ja ne darf ich mich jetzt bitte selber schießen danke ich habe mir macht sich kiefer nadeln und verbrauchen unsere gute kohle klug das nicht so aber kenne ich von allen da waren alle alle so ein 234 1 2 3 4 hier nochmal die restlichen blätter kommen alle hier oben rein in die kiste ok verbrauchen du kommst du um die wertkiste rein dankeschön perfekt ich sie habe doch alles überbrauchen was verbrauchen logan splitting in coming stacks von türop von tübs von taz ja nötchen soren lefter game was macht die ganze zeit alles gut alles gut äh genau das heißt wir haben jetzt die küsten gemacht siehst du genau wir wollten hier noch diese machen ähm und zwar das hier genau so das heißt wir nehmen mal dich raus und dich raus beziehungsweise nein dich brauchen wir ja gar nicht du hast daraus produziert egal wenn wir es draußen müssen raus so ähm danke oh ähm ähm so ist das hier noch irgendwas aus holz drinnen nieder äh 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 nö sehr schön außer diese holz fensterrahmen aber das ja hauptbestand für glas und damit auch kramkiste so bam und jetzt wenn die beide kombiniert zu wunderschönen saftigen grünen ah ist das geil so muss das sein dünger für die seele perfekt ja dann war es erst mal das können wir jetzt quasi mit dem dach noch mal schnell zu ende machen da unten genau und dann würde ich mal sagen gucken wir jetzt noch kommen mit den übrigen steinen die wir haben ach so sie wollten wir ja dann müssen wir noch gucken wie wir das mit der kannte da machen das heißt du kommst weg du kommst weg du kommst weg da kommt noch mal da kommt noch mal eine hin dann kommt da eine hin ich hoffe mal das was ich jetzt mache ist richtig hier kommt keine da kommt keine hin das heißt aber dass hier noch eine hin kommt genau da noch eine hin und hier haut wie gar nichts hin ach ja halt 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 hier kommt er hin wie soll ich das überhaupt machen mit dem flachen das geht doch gar nicht okay halt machen wir anders du kommst dahin nein es war falsch ihr beide kommt weg hier wird einmal durchgezogen so komm ich fang mein leben perfekt nein ich fang die stunden so kommt hier auch wieder weg hier kommt dann jetzt nämlich so eine ach so siehst du kann ich diese diese dinger hier kann ich ja wieder zu normalen dinger machen ne ja perfekt brauchen wir nämlich auch einer wird natürlich übrig war natürlich klar den wir auch erstmal auf vielleicht brauchen wir denn nochmal wo ist die säge ach so ja die säge müssen wir wieder aufstellen die question ist wo so nein wo ist denn mein da äh was wir jetzt brauchen ist nein das da was wir brauchen ist einmal das und einmal das gegenstück davon wie viele kriegen wir da raus wie viele brauchen wir denn überhaupt brauchen 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 13 13 der wird leider hart 1 1 10 brauchen wir brauchen wir ja das wird ein bisschen eng 電 ich denke ich mal ja wir kriegen hier gerade mal 16 16 raus das heißt das wird warum geht das nicht warum kann ich das hier nur ein fügen das Bullshit keine dinge machen auch nicht wir brauchen auf jeden fall 13 der wird leider hat einer üblich bleiben beim genau so nehmen wir hier mal wieder raus und brauchen jetzt noch für die restlichen darf wo wir leider noch viel brauchen werden danke dafür aber nicht weiter schlimm wir haben wir hier noch ein bisschen was aber das trinken leider auch nicht verarbeitet soweit ich weiß kriegen wir nur so verarbeitet mann das bullshit da liegen bleiben und du auch ich werde später vergewaltigen dann brauchen wir wie gesagt hier noch mal vier stück brauchen wir dann diese flachen also dieses labs ziegelsteins die frage ist wie viel alle die kann man später wieder rekombinieren wäre nicht doch genau die kann man wieder rekombinieren dass man nicht alles rekombinieren dass man nicht alles wieder verwerten kann ich meine man könnte doch aus diesen dinger zum beispiel kann man doch locker wieder zwei so eine kleine acht haben also so eine achtel dinger machen oder aus denen könnte man sechs achter die achtel dinger machen und diese achtel dinger kann er denn wieder hier verwenden um wieder reinzuschmeißen warum geht sowas nicht das verstehe ich nicht so was fehlt tatsächlich wo wir kommen gar nicht mehr raus ähm fuck my life fuck my life fuck my life fuck my life gehen wir draußen rum ich weiß noch nicht ob wir außenrum noch raufkommen nein, gucken wir auch nicht mehr oh Gott wir haben unser Leben verschissen gut, die können die ganzen legerleitern ja auch wieder ab, der bringt uns nichts mehr ja ich weiß, dass das gerade ein Notkreuz war, ist mir scheißegal so, die leiter hier vorne kommt auch gleich mal ab, damit können wir auch nicht mehr anfangen so, dann hängen wir erstmal hier gleich die leiter an so, jetzt folgendes wir müssen dich erstmal da hinpacken dann müssen wir dich kopieren jetzt kannst du dich wieder abschlagen und den können wir jetzt, hier ist leider nur so ein Blatt, wo ich das King bauen kann na gut, dann mach ich erstmal zweimal hin, denke kann ich dich wieder abbauen so jetzt kann ich die anderen an denen anbauen richtig? richtig so und wie ich hab mich verzählt ich meine, von den flachen hätten wir sogar noch einen es passt perfekt ach, bin ich gut oder bin ich gut? so, ähm, ja eh, dann müssen wir gucken, wie wir das am dümmsten machen auf jeden Fall kommt jetzt mal einer hin so, der wird wieder kopiert so, hat er hingesetzt er kommt runter mit dir so, jetzt kommt hier dann überall die ganzen Slaps rein das war klar äh, ich glaube hier ein bisschen auch gleich mal hier ich hab nie gedacht, dass man selbst Slaps hier kopieren muss aber wie man sieht aber wie man sieht so, er hat das geschafft und so in der manier quasi hier so ein bisschen ab und nennen die so runter machen wir halt den gesamten Vordertag ob das denn so im Ganzen gut aussieht, müssen wir mal gucken auf jeden Fall war das erstmal jetzt grad so meine spontane Idee ähm, was wir dann noch gucken müssen ist, wie wir dann da vorne diesen, ne also, da diese Lücke machen ob wir das hier einfach tatsächlich so lassen äh, so oder ob da unten denn noch was hinkommt von unten quasi ähm, weil eigentlich könnte das jetzt so schon gut passen ich mach, oh, Slaps sind genau leer lol also noch die Frage ist, wie gesagt, ob wir da noch was hinsetzen weil das sieht von unten ein bisschen scheiße aus ähm, wisst ihr was, ich setz da noch so einen einfachen Block hin ist zwar useless, dürfte aber gut aussehen danke ach, siehste, wir werden gar keine Schlacht mehr sondern nur diesen, nicht ganz geflacht äh, kriege ich den jetzt im Obst hingesetzt? Ne, ne? gut, dann machen wir immer wieder Track 17 hier wir setzen den hier unten hin kopieren ihn und ab und setz ihn jetzt da oben hin möchte ich aber vorankommen ja, perfekt easy jetzt sieht das aus wie so ein aufgelegtes Dach also dieses vordere Dach ist ja auch egal ihr wisst was ich meine, seid doch ehrlich so jetzt hätten wir das Dach soweit auch fertig alles was noch fehlt sind jetzt hier noch ein paar Slaps dann müssen wir denn demnächst noch ein paar Ziegel backen ähm, ja, von daher würde ich mal sagen, easy siehst du, damit das nächste Mal nicht vergessen oder, dass selbst wenn wir es vergessen, dass sich weiter schlimm ist schmeiß ich die schon mal direkt in die Öfen rein powered by why not so könnt ihr vor sich hin köcheln und entweder vergessen wir sie irgendwann können aber dann direkt die fertigen Titel rausnehmen wenn es uns dann wieder einfällt oder aber spätestens wenn den beim nächsten Mal also wenn keiner in der Gegend ist während wir offline sind dann backen wir die Öfen auch nicht weiter das heißt, wenn wir nächstes Mal wieder on gehen im Let's Play dann sehen wir ja, dass sie an sind und dann spätestens dann sollte es uns wieder einfallen dass da ja noch was war äh, also so intelligent hoffe ich mich dann doch ähm, naja wenn nicht, bin ich einfach dumm egal auf jeden Fall ja, das war's mit dieser Woche nächste Woche ähm wissen wir gar nicht nächste Woche ist auch erstmal wieder mein Clon dann fällt mir gerade ein ähm genau das heißt also jetzt übernächste Woche machen wir dann noch unser Dach fertig und dann nachdem wir unser Dach fertig haben gehen wir dann wirklich auf eine richtig schön ausgedehnte Tour zum einen ein paar Gewürze suchen also noch so Lebensmittel quasi nach Sachen die wir noch nicht haben und vor allen Dingen aber auf eine richtig schöne Höhlen Tour also das, das kombinieren wir quasi beide miteinander dass wir erstmal um eine Höhle zu suchen schön durchgestrippt durchgehen da alles sammeln was wir finden dann wenn wir eine Höhle finden in die Höhle reingehen dann irgendwann wieder rausgehen und dann auf dem Rückweg auch nochmal Sachen sammeln von da ist das ganz gut dass wir jetzt diese vier Backpacks haben ähm ja und wenn es blöd kommt habe ich bis nächste weil eben das erste zwei Wochen habe ich garantiert schon wieder alles vergessen was ich jetzt gerade vorhabe wenn wir sehen was wir nächste Woche machen übernächste Woche äh von daher schau mit Vau